Das ist dieses Mal ein Netzfundstück, das eigentlich ganz gut zu Alf passt, denn es geht um Katzen. Katzen kriegen im Internet inzwischen alles, sie kriegen Designer-Klamotten, sie kriegen Feinkost. Es gibt jetzt ein Buch Feng Shui für Katzen, da kommen sie nach Hause und die Katze hat die Möbel verrückt. Also es ist alles im Angebot. Was noch fehlte, meine Damen und Herren, war Yoga für Katzen. Es gibt jetzt im Netz Yoga-Kurse für Katzen und ich würde sagen, wir gucken uns da mal einen an. Gucken Sie sich mal das an. Aus Kalifornien natürlich, wer hätte es gedacht. Clearing Pass kam aus, man soll alte Leben müssen geklärt werden, als die Katze ein Hund war oder so ähnlich. Der hat auch keinen Job. Die will nicht, die Katze. Das können sie jetzt mit der Yoga-Lehrerin natürlich nicht machen, das ist schon gut so. Jetzt entspannt die Katze gleich, passen wir auf. Das ist natürlich blöd, wenn die Katze so entspannt ist, dass sie dem Yoga-Lehrer ins Ohr furzt, meine Damen und Herren. Unser Netzbuchstück der Woche.